Herzlich willkommen bei der FTP Fenster- und Türenplanungs GmbH, Ihrem Seelandschreiner mit Sitz im Herzen von Biel. Wir sind spezialisiert auf die Planung und Erstellung von individuellen Schreinerarbeiten. Dabei ist uns wichtig, dass Sie als Kunde gut informiert und fachgerecht beraten werden. Mit unserem Können setzen wir dann Ihre Ideen und Pläne um. Bei uns sitzt jeder Handgriff. Wen wundert's, sind doch alle unsere Mitarbeiter professionell ausgebildet und verfügen über langjährige Berufserfahrungen. Diese Erfahrung möchten wir natürlich auch weitergeben. Deshalb bieten wir unseren Lernenden ein individuelles und interessantes Ausbildungsprogramm. Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand. Von der Planung, Entwicklung und Herstellung bis hin zur Lieferung und Montage. So optimieren wir Ihre Abläufe. Dank unserer Ausstellung haben Sie die Möglichkeit, einzelne Produkte noch vor dem Kauf zu beurteilen. Ob Eigenheimbesitzer, Immobilienverwaltungen, KMUs, Architekturbüros oder Restaurants. Wir bieten Ihnen optimale Komplettlösung an. Dabei verwenden wir nur Produkte von namhaften Herstellern. Besuchen Sie unsere Webseite www.seelandschreiner.ch www.seelandschreiner.ch